Ja, liebe Facebook-Freunde, liebe YouTuber, ich komme gerade aus dem Untersuchungsausschuss heraus. Wir haben draußen schönes Wetter, aber auch drinnen hitzige Befragungen gehabt. Es ist um politische Aufklärung gegangen. Wir haben eines ganz klar feststellen können, das, was Minister Darabosch von der SPÖ 2007 aufgeführt hat, dieser Vergleich, der ist eindeutig zum Nachteil der Republik Österreich gewesen. Und wir leiden jetzt darunter. Unser Grundzeuge Minister Doskozil bestellt sogar jetzt neue Abfangjäger, weil es nicht funktioniert. Der zweite Themenschwerpunkt, es ist um Gegengeschäfte gegangen. Das heißt, wir geben Geld für Rüstungsartikel aus, aber von diesem Geld soll auch einiges in die heimische Wirtschaft wieder zurückfließen. Wir halten das prinzipiell für eine gute Sache, weil damit wird österreichische Wertschöpfung, österreichische Arbeitsplätze gesichert. Ja, das war es aus einem heißen Tag im Parlament. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und wie es mit dem Eurofighter weitergeht, werden wir im Herbst sehen. Grüß euch!